ja hi und willkommen mein name ist dann die rolle p und ich bin mit dem master und wir begrüßen euch zurück zu brett und fred sind bei ihr habt euch nicht verklickt das ist nicht der zweite part auch wenn wir wieder beachten für macht sich prozent sind meter nein nein es ist es ist die reine wahrheit wir sind wieder hier haben es bis in die fischminen geschafft und dann kam halt ein unglücklicher sturz fand ich nicht gut fand ich nicht gut ja auch nicht doch mal die ganze zeit so schafft mir diesen sprung hier oder geht es hier wieder bergab mit der karriere wir haben diesen sprung nochmal so sagt wenn du mich schmeißt ich werde jetzt bringen okay das ist noch gut das ist noch gut ja ich habe jetzt nicht gesehen einer von uns stand da drauf gerade glaube du ja da müssen wir echt warte mal kann man wenn man kann man nach dem springen sofort schaden kann so ich glaube wir müssen geht nicht nur diese eine situation ja danach ging danach ging es eigentlich wieder die ganzen anderen plattform die nachkam man auch ein bisschen gruselig aber die haben wir noch geschafft und jetzt danach bleibt man noch relativ chillig ist nur diese eine moment ich bin wir müssen echt da oben landen ich glaube nicht dass wir uns doch festhalten müssen wir müssen dann landen naja gerade muss man jetzt jetzt die dose ist schon längst offen etwas tiefer also ich bin schon wieder wenn ich bei mir drauf gleich oder in die medien weil es nicht 20 minuten gedauert ja okay da sind wir wieder verschmieden so auf reichen seite sind wir noch relativ sicher ja da hat man da unten konnte man ja irgendwie ein bisschen sicher wird darunter nein ziemlich hoch wir können auf den einen wagen das springen versuchen das können wir tun das war weiter unten war irgendwie jemand so am hämmern irgendwie so an der wand ja ich glaube es war einer der maulwürft dem dem ja ja noch mal checken ab checken wenn man darunter das war nur geradeaus runter jetzt ja jetzt runter vorsichtig ist das hier irgendwo so ein blödes loch ist ich bleibe ich bleibe ja das ist das würde mich nicht so da tragen wir schutzelme und du musst du sagen money ihr seid zu spät ihr seid ihr vielleicht so hatte ich die witze besser sein lassen ich bin meine der neue chef für alle beiden die in der wien erricht werden steckt mir ruhig alle freien die ich habe das gefühl dass sie nicht wirklich viel redet heute ist nichts gucken schwingen schwingen wir es mal allerdings was mich ein bisschen ich muss schnell genug ein looping machen wir mache ich mich die anrichtung hat und nur hat emacher bei uns hier muss ich ein bisschen früher wurde sozusagen irgendwie zu schaffen sein jetzt schwingen also bei mir bist du einfach noch stehen daran naja ich bin eingehakt bei mir stehst du noch mal ja hochmann so schnell kann ich kein looping machen nachher und der looping geht da nicht jetzt springen und nutzt dann den sprung dabei genau nein das gibt es nicht ich war gemacht hier ist die leute so schwingen darüber machen wir beim nächsten bei mir gibt es manchmal aus der animation raus hier beim festhaken steht dann einfach normal aber wenn es das ding bewegt ruiniert hat mein momentum hier da war ja nicht so schwierig ich fand nicht mehr umrichtet und war ja nur das foto ja beim nächsten mal an der erstmals sich auf jetzt halten beim nächsten mal hatte ich bin du bist ein fisch und was sagt ein fisch die ganze zeit er sei einfach immer nur so 136 meter mal geschafft maximum ok mehr oder weniger ich weiß nicht mehr wo das war wobei da ganz runter gefallen sind ehrlich gesagt ich weiß es auch nicht mehr so genau ich bin mit cwc und aftfall mal nochmal unter warte immer erst pause machen bevor er weitermachen ok so ja vorsicht wo wir sehen ich glaube die plattform kleine ok ich warte nächstes mal nächstes mal ich mal ich mal ich mal okay jetzt 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 so also okay und 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 so hier kann man wenn ich weiter wenn da oben ist irgendwie da oben ist irgendwie ja so eine band irgendwie da kann man nicht vorbei ne weit mal links sie da links da sind so kaputte plattformen ja und wenn man da wenn man da runter fallen da unten ist auch noch eine plattform das heißt da sind aber nur sicher ne ja so vorhanden ja und lass dich fallen da bist du mal lang oder sie sind auf die plattform ist mal auf die linke ja 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 eigentlich gesagt so einfach nicht so ich glaube wir sind wir noch nicht gewesen wir sind unten ging gegangen wir gehen nach oben ne ja wo das schild ist so okay vorsicht vorsicht ich glaube hier hier sind wir runtergefallen ja so waren wir auf das nächste in dann ungefähr jetzt okay warte 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 das macht hier ist von nun aber auf das ding da drauf und dann direkt nach rechts wir müssen uns erst mal absprechen aber ich habe da auf jeden fall so eine plattform gesehen dies die ist die nicht zerbricht nach rechts oder was zu früh hier da nein bei warte mal wo man da jetzt sind wir da auf jetzt reiten aber warte mal da unten hast du gesehen was wenn man da da guck mal lichter unten rechts da geht es ja nicht wieder weiter also müssen wir direkt da oben rechts gesehen ja und dann rechts recht okay ich glaube jetzt wieder ganz nach unten da hat er einfach runter okay näher wir müssen einfach allerdings jetzt dann 221 wir kriegen das hin das platz ohne counter was auch ohne counter machen irgendwie hätte ich da war ja times immer so komisch irgendwie das per mündlichen counter machen 321 dann links 221 nein wir müssen beide drauf sonst funktioniert nicht 321 321 321 321 321 321 web 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 ok okay noch ein stück noch ein stück noch ein stück stück so jörg schildes sorge man kommt an jetzt nicht jetzt wieder zweimal jetzt nach rechts vorsicht was ich war das davor gehen wir nach rechts oder natürlich gehen wir nach rechts ich glaube ich habe mich verlaufen das ist aber schade für dich 157 ich weiß ja wir müssen da drauf dann da festhalten und dann nach rechts okay ich hab was los was du hast du hast du schon so festhalten aufzuschwingen kann man da oben rechts hin warte mal das mal das mal links guck mal das mal klingt links gucken ob wir die höhe schaffen warte war und danach dann darüber dann sind das verbrechende plattformen da müssen wir weiter nach rechts ja dann müssen wir da oben rechts festhalten ja halt jetzt mal da oben fest irgendwie fast geschafft da doch doch dann das wäre irgendwie ausgang oder irgendwie soweit gewesen ja der war gut der war nicht nur gut der war sogar so gut naja das spiel aus jetzt schaffen wir rüberkommen also ja ich habe meine looping vergessen wir behalten den trend dass wir nach 20 minuten wieder irgendwo am anfang sind es ist einfach der absolute frohberg findest du nicht da kann wir nicht festhalten und jetzt war ein stück auch glaube ich mal ja naja leute wir kommen zurück zu 85 metern ja master und dann ihre sind wieder voll berg in business da hoch 100 y also ich habe y gedrückt vorhin sagt wenn du machst jetzt ja sie ist also klappt hat muss nach oben landen alles klar die mien finde ich eigentlich nicht so schwierig wenn ich ganz ehrlich bin ja ich finde dass sie wesentlich spiel ich war der von plattform ja ja hier können wir müssen also ja beim nächsten mal ja was da oben links da kommen wir gar nicht hoch mit der stelle um nicht mehr wir kommen dann ja auch mein gott ich krieg da bin ich besser bist du wahnsinnig immer als pause machen immer erst die situation und da oben rechts ja so ich bin grüß ja ja ich halb fest soll mal keiner sagen dass wir gar keinen fortschritt machen ich bin ein hakt knopf gedrückt ja wir haben wir haben sie bekommen das immer sogar umgekehrt immer y drücken wir auf eine plattform landen willst damit ich direkt fest tag würde ich sagen wasser dieser eine einzelne plattform da oben ist so verdächtig also ich habe mich natürlich mit x 1 naja ja manche ich habe schon gesagt ja du hast gesagt ich meine ich meine ex ok direkt immer springen es passiert jetzt rüber schwingen 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 ja sei bloß vorsichtig sei bloß vorsichtig pass auf ja pass auf da sind so viele dinge sind da keine abkürzung oder so nicht spiel ist bei mir ein bisschen am längen das kann sein dass bei dir halt das aufnahm programm läuft ja ja also schwingen ja warte ja jetzt schnell sowas ich 115 damit es wir haben 3 gute counter ja das ist einfach der countdown und ich habe mir jemand so konzentriert waren werden ja ich kann mich nie erinnern so konzentriert zu sein schafft dann haben wir online somit randoms das würde ich würde überhaupt nicht funktionieren schaffst du hast du nicht schaffst du hat auch darüber mann also was müssen wir hier noch mal machen allerdings genau nehmen wir noch nicht noch nicht noch nicht jetzt 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 Got you man Noch ein Stück Das schießt mich immer durch die wand Ja So Ziemlich hoch So Das Timing ist mal hier Ja Ich glaube das ist so früh Ja stimmt Das tut Na warte Hm Ungefähr Hier Jetzt Ja perfekt Ah nein Ich hab da jetzt wieder ganz nach unten Maximale Anspannung Ja Und drauf Hier ist noch sicher Hier ist noch sicher Ja Ja Mit signalen jetzt aber nicht Da war das von nach oben Das war nach oben Wir lassen Ja Na Längst Da zieh mich auch ziemlich aus Und durch die wand mit dir Vorsichtig Reicht Schaffen wir jetzt direkt nach rechts oben Schauen wir das Ich muss mir ein signal geben kollege Ich sehe nicht auf Dann sehe ich dich weiter nach unten Ich glaube die Firma macht wieder unsere stammnummer Ja Und hab Wie viel schwächkeiten wir hatten hier an diesen stellen schon Ja Ja Einfach da jetzt hier geht Ist nur eine frage von Ja Es ist alles eine frage der technik Na So wie bei saturn Ja Alles eine frage der technik Ich könnte weil wir waren auch schon fast durch mit den fisch mähen ja Ja Dann haben wir beide einen fehler gemacht Ja Wir geben noch nicht auf wir schaffen natürlich war wir wissen wir die am ende passiert warum wir Die blut ist eine Tugend oder so Ja Ja Eins und zwei Eins und zwei Eins und zwei Heimat so hoch Wie geht's denn so warte 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 Wir sind schon wieder hier so da mit y mx Eine sekunde sagt mir wenn du mich los lässt Und zwar jetzt Nein Nein Diesmal nicht geklappt Ja 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 jetzt mal wenn ich irgendwie so rage spiele sehen dann frage ich mich ob die developer irgendwie so wirklich sich so let's plays oder irgendwie zu anschauen einfach nur um zu lachen der ist runtergefallen hey belaste gesehen der schon wieder runtergefallen wissen sie warum die halten die weil die hat immer wieder darüber lachen warum weil sie es ja nicht selber spielen die schweine packt oder leck ich glaube wir fliegen hier wieder raus ja ich glaube fliegen man fing immer auf 21 47 irgendwie ja bei mir auf null bei mir ist eine alternative zahl für p oder keine ahnung 3 3 171 glaube ich 3,147 glaube ich ich glaube auch irgendwie war das so ich warte auf deinen code ja du kannst mein code gleich also k.o.t. das ist der code das spiel mal neu starten arbeit von heraus fliegt ja also wer will ich auf speichern und wenden drücke dann schließe ich halt komplett das spiel der code ist m 38 cts ct ich habe deinen namen gar nicht gesehen ich hänge einfach mal so ein bisschen rum weiter geht es muss nach fortschritt hier speichern den guten fortschritt immer gemacht ja habe ich hier klickt ich ziehe dich hoch in 321 schon wieder wer war am ende ist passt wieder war ja für macht sich verflucht seit 85 85 85 da stehen k mit dem lupen geht er jetzt auch locker flockig das ist von der hüfte geht naja vor allen dingen von der hüfte wie man das nennt dass der hüftgold die ganzen schwänge hier ist gut für das hüftgold hüftmuskeln oberschenkel muskeln die ganze rennerei ist ja gut für die oberschenkel muskeln oberschenkel muskeln nur in der englischen menschen deutschland ja bands und reis das work out is good for your bands enteilt ja bands und reis ich weiß nicht warum der deutsche ich habe tatsächlich auch mal nach dem sound gesucht zu den oberschenkel muskeln habe aber keinen gefunden dass ich dich in mein soundboard integrieren kann schade gerade spongebob finde ich vor viele sachen auf youtube jedenfalls ich meine ich meine ich meine ich auf youtube ich meine mein hierfür disco hat ja mein voice beitritt sound hat ja auch sound tatsächlich okay bei mir bist du voll umgeregt und los war schon überrascht als irgendwie das jetzt irgendwie einstellen kann so ist am chillen ist am gaming oder so wunderbar neun von zehn eine fast perfekte landen gut gemacht wir sind die falsche nachbarschaft ihr das ist unser berg das ist unser berg du hast ja bei mir eine luft verankert das habe ich auch gesehen wie viel zeit haben wir denn noch ja noch so 23 minuten jetzt genug zeit und nochmal für macht sich zu ich werde sagen ja noch mal ja ja k kennst du das lied ich habe flüge von etwas leckerem du bist ein pinguin ja warum ist doch flüge was hat die firmen berg ich wusste es der pinguin ist ein kadibale was hat für der neue in diesem spiel gibt es über eine neue in diesem spiel ich habe ein foto gesehen wo irgendwie ein haus irgendwie zerstört war wenn man kommen eine spitze andere singen nur so ein dark souls gebiet irgendwie ich weiß den wandeln der leichen und ich habe übrigens gesehen dass es glaube ich zwölf bilder zu sammeln gibt wir haben jetzt schon vier angezeigt werden also die werden bei mir zumindest auf dem speicherstand angezeigt von mir wird gar nichts angezeigt ich habe gar nichts vorgeschaltet bei mir ja weil es ja auch mein spielstand ist sogar kein spielstand bei mir ich klicke aber immer hier auf den spielstand ich muss auf den spielstand klicken ja aber da ich bin ich ja der host bin na guck mal da wie gut wir das jetzt hinkriegen ja ein stück 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 wir schaffen wieder unsere legendären 85 85 immer dritte mal immer das zweite mal dass man über dritte 1 2 3 3 3 3 1 stück mache ich nicht so auf er macht sich wir sehen uns wieder für wie lange nur noch schnell jetzt geht es wieder auf einer unten pass auf sagen wir beschreiben wenn du mich loslässt und zwar jetzt selbst dass sie kriegen kriegen wir irgendwie besser hin na klar eine plattform noch noch eine wir sind wieder hier wir sind wieder hier ja wir sind wieder hier ja wir sind wieder hier im zombie sie revier lässt du mich nein 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 genau ich muss mich runterfallen lassen dieser blöde sprung jetzt das ist dieses jahr schwieriger als als andere ich würde echt gerne mal den partner woanders beginn macht sich keine angeste plattform wir noch nicht da jetzt ist eigentlich da moment da vor sich war okay und rüber bist du warst ja ja also ich würde einen moment du bist ja richtig unterwegs so crazy unterwegs das ist ja kein problem ja okay warte 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 noch nicht jetzt 321 los ok oben genau so so schwingen genau jetzt kommt das hier wieder und 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 jup nein 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 wir waren die gleichen stelle und sagen immer gleichen schwach und ja ja und 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 nein nein warum nicht ich weiß nicht gibt es da nicht mein wir schaffen das wir schaffen das wir schaffen das wir schaffen das ich war ich denke mal vielleicht kann man damit interagieren ja ganz weit noch jetzt kommen wir da hoch jetzt sage ich muss auch darüber ich komme ich da nicht hoch wortwörtlich ich weiß ich war jetzt nicht wahr stein die zeit haben wir bestimmt nicht mehr 13 minuten vorsicht 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 da gibt es nicht gibt es nicht mal da kommt damit wir jetzt auch da hochmann ich gebe alles für mich so einsam auf der plattform über die plattform nicht unter ganz nach links geht er jetzt warte warte ganz viel schwung so geht aber mal gar nicht links links war das ja längst links ich habe gerade okay okay fertig 1 geben wir deinen counter das ist der countdown kenyon oder countdown kann ich nicht ja was ist das counten kennen die spiel ist nein aus mario party 7 so wieder abteilen mir jetzt ich glaube ich habe ein bisschen zu spät eine plattform da kommt unten rechts genau hier geht es wieder ganz nach unten dann nach links jetzt und jetzt na komm ok 21 da war ich ich glaube aber zu spät ich gehe kein risiko 321 rechts oben rechts ja rechts jetzt müssen wir zweimal springen ja hier waren wir schon okay okay vorsicht warte war 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 genau da müssen wir runterfallen und dann müssen wir uns noch feste an und rüber schwingen genau ja ok fertig 321 obwohl hier kann man ja noch 221 unterfallen lassen du gehst noch mal was kann er also muss ich ja ok oben rechts war ja ok andere seite und dann gleich auf der anderen seite ok ok nicht los lasst mich auf der anderen seite ok noch ein stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück ok ok warte oh gott oh gottes willen was müssen wir jetzt machen ja hier kann man ja stehen aber ach da ist eine plattform ich sehe plattform ja die ganz kleine da unten ja ja in der rechts von uns meine ich ich glaube wir müssen zweimal springen ok bereit ich glaube nämlich dass es einen stück ist und ich glaube nicht aber okay aber sogar zwei mal zwei mal okay war tatsächlich keiner aber das ist auf jeden Fall eine ja okay okay das ist doch wir haben noch sieben minuten okay so warte auf die plattform dann auch wieder auf die ols plattform dann wieder auf die nächste sein ein spitz sein einsturz das ist ein schlussbare okay 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 oh gott kannst du da oben landen naja ok warte mal versuchte man da da am besten zu landen ich glaube du kannst das bewegt sich nicht wie soll man machen das ist eine gute frage ich soll schwingen landen oder was ja okay ich glaube wenn du schaffst in so einem looping zu schwingen ja ja aber ich kann ich ja nicht hochziehen richtig ich glaube ich habe man hat so machen muss aber ich habe ich ziehe dich ja hinter mir her ich komme ja nicht rüber machen wir denn jetzt ich tue nicht darüber springen auf rechten seite lass mal gucken und rechts aber der pfeil sagt er nach oben ja der pfeil sagt nach oben aber wie so weit erschaffen keine ahnung das ist doch völlig möglich oder moment das kann ich ja nicht kann ich kann ja nicht darüber springen oder kommen kommen uns da an der wand festhalten es hat ja auch keinen sinn mal ganz oben rechts da kommen wir überhaupt nicht hin oder könntest du dich da festhalten erwartet oben oben rechts meint ja 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 und dann kann sich da ja nicht schwingen von da aus aber so mal machen da verdammt das man geht um an der rechts und das ist das moment um irgendwie nicht hin ich sehe schon wie wäre leicht herunter feine du schwingst ja und jetzt ich glaube ich muss schwingen ja ich kriege da mit dem schwingen nicht hin ich weiß nicht wieso scheiße was los ok man kann mich auf der linken seite aber dann kommt ja nicht rüber ich komme ja ja nicht rüber ja ich glaube wir müssen hat schon so wie wir jetzt gerade machen nur wie um gottes willen das ist auch unmöglich schwierig schwierig ja du brauchst nicht loslassen wenn ich darüber gehe ich kann mich da festhalten okay okay dann tut sich automatisch da festhalten wenn ich da aber warte mal lass ich mal aber ich weiß was ich muss mich da festhalten von der linken seite glaube ich klappt das nicht da muss ich darüber nach links schwingen glaube ich klappt hat nicht loslassen also mal auf der linken seite festzuhalten es geht nicht es war echt nach unten rechts glaube ich nicht da unten rechtlich eine plattform glaube ich nur dann wird allein nein ich meine stunde wie erst mal hier im feierabend machen ja hier machen wir feierabend leider will ich nicht dann sehen wir uns beim nächsten mal mal wieder wieder wenn es als bread und fred ja bis dann und schau